Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für die ZAG den 24.8.2021. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, musste leider das Video nochmal einsprechen. Ich habe irgendwie ein Problem mit dem Mikro, hat es nicht aufgezeichnet. Ah ja, ist bloß schwierig, wenn man zweimal hintereinander versucht, das gleiche zu erzählen. Das kriegt man nicht hin, ich lese das ja auch nicht ab. Es wird quasi frei, live, direkt aufgesprochen, eingesprochen mit dem Blick dann direkt auf den Chart, den ich mir in der Regel mit euch dann auch zum ersten Mal richtig angucke, damit ihr einfach an den Gedanken teilhaben könnt. Und hier kann man wirklich sagen, dass man wieder ein bisschen in der Glut rumgestochert hat und da die ersten Flammen rausgekommen sind. Es ist kein Waldbrand geworden, aber das ist schon schwächer. Das ist schon im Gegensatz zu dem, was wir bei den Amerikanern haben, schwach gewesen. Es ist schwach, auch wenn Schwäche wirklich hier ein Wort ist, was ich mit so einem Grummeln in den Mund nehme, weil ich sage mal 250 Punkte unterm Allzeithoch von Schwäche zu reden, ist immer so ein bisschen schizophren, weil der Markt letztendlich relativ nah an der absoluten, bulligsten Form, Möglichkeit, wie auch immer, was man bullig nur liefern kann, steht. Und da dann von Schwäche zu sprechen ist immer ein bisschen, ja, es fühlt sich komisch an, das auf die Zunge zu nehmen. Zur Null sind es 15.850 Punkte und zum nächsten Allzeithoch sind es plus 250. Das ist quasi ein Katzensprung und es schafft er auch an einem Tag. Aber egal, was ich eigentlich sagen will, ist, wir sind superkräftig reingekommen. Der DAX hat eine mega geile Vorlage bekommen, hier in der Montag eine richtige Rakete reinzustellen. Alle anderen INDICs haben es genutzt, nur der DAX nicht. Der DAX hat seinen Gap abverkauft, mal wieder, mal wieder ein Aufwärtsgap abverkauft. Das ist nicht das erste die letzten Monate, das ist wie so eine Krankheit mittlerweile geworden. Dann kommt ein Aufwärtsgap, wird es abverkauft. Und das zeigt schon ein bisschen, der hat nicht schon mal eine grüne Tageskerze hinbekommen. Ja, wir stehen höher als noch gestern, als noch am Freitag. Aber damit hat er jetzt wirklich nicht, also mich hat er nicht begeistern können. Wir haben darüber gesprochen, unten die 800 ist wichtig, oben die 850. Wir haben gesagt, wenn er über 850 geht, kann er das Gap schließen. Das Gap hat er geschlossen, hat auch hier die 940 angeschlagen, sich zurückgedreht. Und dann wieder das entstandene Gap zum Vortag zugemacht. Das angesprochene Gap, bloße Gap war ja das hier. Ja, so. Damit hat er erstmal ziemlich brachiale Kassen nach unten geliefert. Hat sich dann aber schon an der 800, die ja wichtig gewesen wäre, nach unten zu brechen, verweigert. Hat wirklich verweigert. Ist wieder aufgedreht, wieder zur 850 hoch. Die ja wichtig gewesen wäre, von dort dann nochmal an die 800 ran. Um dann nochmal in den Ausbruch zu versuchen. Und auch den hat er wieder abgewehrt. Ja, das heißt, er hat zweimal versucht unten raus und hat es nicht hingekriegt. Aber er hat es oben auch nicht richtig hingekriegt. Ne, die Zündung, die blieb einfach aus über 850. Das ist definitiv Fakt. Ja, das Einzige, was wir über 850 hatten, war die Eröffnung und die wird abverkauft. Na, also das ist nicht unbedingt... Hm, Champagner ist das nicht. So, und von daher würde ich denken, dass wir zum Dienstag vielleicht einfach nochmal so einen Stempel auf die Stirn brauchen. Ich schaffe es nicht. Unter 15.800, Hilfe, ich bin zu stark, bitte kauf mich. Ne, so einen Stempel einfach auf die Stirn drauf. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Dass er jetzt einfach zum Dienstag hier nochmal drunter geht. Unter die 15.800. Einfach kurz rein sticht, ja, bis zu 87, das wäre so ein schönes Fenster. Und dann schön nach oben anzieht, schön nach oben anzieht, über die 850 geht. Und wenn er dann über die 850 geht, glaube ich, hätte er ganz, ganz, ganz gute Karten auch auf Strecke gehen zu können. Auf Strecke gehen zu können, Hochrichtung 49 hoch, zu 1620 hoch, zu 1618, 1665, 16230 und so weiter und so fort. Und das kann dann durchaus auch ein Anstieg werden, der bis zum Donnerstag durchhält. Ne, wenn er jetzt sich hier nochmal einen Stempel abholt, von wegen unten raus packe ich es nicht, bin doch zu stark. Ähm, ich sehe zwar schwach aus, aber ich bin eigentlich stark. Ähm, wenn er den Stempel jetzt einmal attestiert kriegt, hier in dem Bereich, ähm, dann wäre es für mich tatsächlich ein Long-Kandidat bis gut in Donnerstag hinein. Also, der wird dann Mittwoch, Donnerstag nicht großartig Faxen machen, ne. Und wenn es ihm gelingt, hier jetzt ein schönes Vormittagstief auszubilden und über die 850 drüber zu steigen, es wäre für mich ein Long-Signal. Ja, auch so jetzt, wenn er sich jetzt hier anfängt aus dem Band rauszuarbeiten, über 900, über 940, auch Long-Signal. Auch Long-Signal Richtung Allzeithoch und mehr, Richtung 16230, das ist durchaus drin, ähm, durchaus drin, das ist durchaus drin. Einziges, was hier noch so ein bisschen eben für untere Routen spricht, ist, dass wir ja nach wie vor jetzt hier diese tieferen Tiefs haben. Die sind stehen geblieben, das hat er nicht rausgekriegt. Wir haben tiefere Tiefs, das sind die tieferen Hochs natürlich, ne, ich glaube, das habe ich jetzt andersrum gesagt. Also, die tieferen Hochs haben wir, wir haben die tieferen Tiefs und wir haben keine Parade gesehen halt hier. Also, er hätte über 16, äh, halt über 15, 850 auch einfach fette, lange, grüne Kerzen bis Tagesende durchziehen können. Einfach mal ein bisschen an Amis abgucken. Aber unser DAX ist halt wert für sich. Ja, das betont man ja auch immer wieder, DAX angucken, wer DAX traden will, Amerikaner angucken, wer Amerikaner traden will, ähm, zu sagen, okay, Amerikaner gehen gut, ich gehe mit zum DAX Long. Das ist halt was, was nicht immer funktioniert, aber es funktioniert auch viel weniger, als es funktioniert. Ja, und deswegen sage ich, bin ich da, auch wenn das viele immer nicht verstehen. Die sagen halt, die Amerikaner geben doch aber alles vor. Es ist viel zu oft einfach genau andersrum, dass die Amerikaner eben dem DAX das nicht vorgehen, der einfach Scheiße liefert oder nicht mitzieht. Na, aber ich finde das gut, ich finde das, ich finde gerade das lässt sich im DAX ja schön traden, ne, weil er bleibt ja in diesem, ich sag mal, Versager-Modus. Da braucht man sich nur in Eurostox angucken, ne, der hat seit 2000 keine Allzeithochs mehr gesehen. Über 20 Jahre hat der keine Allzeithochs gesehen. Das ist auch ein europäischer Index, ja, und dann lieber einfach immer ein bisschen einplanen, Mensch, runter zu ist er eher mit dabei als hoch zu. Wenn die anderen hoch zu machen, macht er eher seitwärts und wenn die anderen seitwärts machen, dann kommt er hoch zu. Aber zu sagen, dass die immer das gleiche machen, also da bin ich ja grundsätzlich, das kennt ihr von mir nicht anders. Ähm, ich will bloß eigentlich sagen, dass, wenn er hier irgendwo ins Nachahmen rein will, dann hier Chance holen, oben raus und weiter. Na, das ist so diese Chance, die ich sehe. Und das Risiko, was ich hier drin habe, ist einfach, dass das vielleicht hier einfach eine 3-wellige Korrektur gewesen ist, von hier unten. Das vielleicht sogar, weiß nicht, ein 3-welliger Anfangsteil, dass man sagt, das war vielleicht eine A, das ist vielleicht eine B und jetzt kommt noch eine C. Ja, wäre ja auch legitim. Und ich deswegen sagen würde, wenn der per Stundenschluss unter 800, unter 87 drunter geht, dann würde ich zum Dienstag ein bisschen aufpassen. Insbesondere auch, wenn er zum Nachmittag dann weitere Tips bringt. Ja, das wäre atypisch für einen DAX. Das Typischste, was er jetzt eigentlich liefern könnte, wäre vormittagstief und hoch. Hoch den Arsch, richtig hier hoch den Arsch und rüber. Macht er das nicht und bringt auch zum Nachmittag Tips, dann erhöht es schon das Risiko, dass wir hier nochmal auf 776 zurückkommen. Ja, das ist so, das ist so. Okay, damit bleiben 800 wichtig und es bleiben 850 wichtig. Die bleiben weiter wichtig. Die eine gibt nach oben, die andere nach unten Freifahrtschein. Im Tagesschart hat man darüber gesprochen, sieht das ganz gut aus. Im Tagesschart hat man gesagt, gibt eher vor Richtung 900, Gap-Close und vielleicht sogar bis oberes Band ran. Wenn wir das jetzt sehen, ist es auch eher enttäuschend. Ja, weil das hätte doch eine grüne Kerze werden können. Warum hat es denn da gescheitert? Da muss man wirklich schon Gründe suchen, warum der DAX verkauft wurde. Weil mit Nachrichten kann man das nicht erklären. Ja, und das zeigt einfach, dass es schon auch Leute gibt, die auf dem Niveau weiterhin Positionen abbauen. Ja, auch wir haben ja Positionen abgebaut. Wir haben unsere ETFs abgebaut. Jetzt nicht erst hier, das ist jetzt nicht erst hier passiert. Das ist schon ein paar Tage, paar Wochen her gewesen. Aber ja, wenn so viele denken halt auf europäischen Titeln ihre Position abbauen, dann wird es halt auch schwierig, Raketen oben raus zu generieren. Es sind halt nur zwei, drei, vier, fünf Titel, die da im DAX überhaupt noch richtig antreiben. Da oben die anderen belasten eher. Und dann kommt so ein Gemorgse bei raus. Aber ich finde es gut für den DAX. Das ist ja koordiniert, das ist im Plan. Und von daher, ich glaube auch, wir vom Timing her so finden uns momentan so eine Woche nach Verfall. Da kann er neue Sachen formen. Die Leute für September fangen an, die Stricke zu ziehen, die Fäden zu ziehen. Ja, der kann jetzt, ich gehe ja nicht von einer Seitwärtswoche aus. Das wäre untypisch. Da hat er schon zum Montag, zum Montag zu viel seitwärts schon fast drin gehabt. Das ist eher untypisch jetzt für so eine Woche. In der Regel fängt er jetzt an zu schieben. Und deswegen glaube ich auch, dass wir am Dienstag einfach hier unten nochmal probieren, ob er rauskommt oder nicht. Und ansonsten ist alles über 900, 940, ist positive Chartlacke, ist dann ein Longbruch, ist Tendenz aufwärts. Das ist ziemlich eindeutig. Das heißt, wir brauchen ihn unter 887 per Stunden Schluss. Und im besten Fall am Nachmittag dort mit weiteren Tiefs. Dann ist unten was möglich. Und ansonsten dürfte der Rest, naja, vielleicht eher dann sogar aufnennen, aufdrehen, wieder hin, deuten. Na, also hier, zack und da. Da passt mir ein bisschen auf, passt mir ein bisschen auf die 87 auf, passt mir. Ja, 850, 800, das sind eigentlich die gleichen Marken, die hatten wir für den Montag auch schon mitgenommen. Gut, okay. Ich hoffe, der Fahrten war trotzdem noch da, auch wenn es jetzt zweimal angesprochen wird. Das ist für mich immer unheimlich schwierig, weil ich mich ja ohnehin immer Sachen doppelt auch erzähle, weil ich sie betonen will, weil sie mir wichtig sind. Nicht, weil ich doof bin und nicht weiß, was ich für eine Minute erzählt habe, sondern weil mir Sachen wichtig sind. Aber wenn ich einmal ein komplettes Video durchgesprochen habe und dann echt nochmal machen muss, immer ein bisschen so Punkt hast, dann alles gedacht. Jetzt hast du doch alles drin. Vielleicht hast du jetzt Sachen viermal erzählt, die du vorher noch zweimal erzählt hast, dafür aber was anderes vergessen. Aber ich glaube, es war soweit alles drin. Und von daher denke ich, sind wir gut vorbereitet. Wie gesagt, 800 bis 780, das ist der wichtigste Bereich am Dienstag, das ist der wichtigste Bereich. Und vielleicht die 900 und die 940 oben als vorzeitige Trigger, falls ihr gar nicht untenrum steinkert. Damit würde ich das einfach zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.